So Freunde, wir testen heute auf jeden Fall die Rauchkometen-Batterie Blau als T1-Variante von Röder, die mir netterweise gesponsert wurde. So und da würde ich mal sagen... Uiuiui... Fand ich auch nicht mal so schlecht. Der Wind ist halt ein bisschen stark heute. Also ich denke mal, wäre kein Wind gewesen, wäre nicht noch schöner gekommen. Und ich müsste mal ein bisschen weiter weg. Aber ansonsten fand ich es jetzt gar nicht mal so schlecht. Ja Freunde, macht's gut. Das war's. 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 Das war's.